Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von Player GetOn Ja, heute in der Folge werden wir kein Ligaspiel bestreiten, sondern ein kleines Vaga mit einem Abonnenten Von mir geht im Übrigen immer eine Klasse, was euch nicht interessieren dürfte Könnte, was weiß ich So, wir werden mal eintreten, wir spielen oben 5000 Münzen Wenn ihr mal Bock habt, gegen mich einen Vaga zu spielen oder einen Pink Slip, schreibt es mir unten in die Kommentare Ich spiele auf der PS3, für alle, die es nicht wissen Ich habe es zwar schon... Ja, jetzt ist das Problem Mach, ja, ich verlasse kurz denn mein Team Ich habe es vergessen, es nochmal fit zu machen Ja, das ist auch blöde gelaufen Habe ich vergessen, da ich etwas im Schwerst bin So Verbrauchsobjekt anwenden, Heilung Was hat er denn? Arm, Arm Danke, dass du mir noch eine Anfrage geschickt hast Das ist jetzt wirklich nötig Und ja Mein Handy vibriert, Zieler lassen wir drin Da haben wir eine Team Fitness Spielen wir so? Spielen wir so? Ich muss gucken Ich glaube, Kagawa hole ich noch rein Da er gute Leistungen bringt Und Mannschaftsaktion Teamtraining Ja, Masum Bitte Okay Verbrauchsobjekt anwenden Es handelt... Es kann nicht mehr lange dauern Nein Oh, kein Vertrag Vertrag nehme ich immer Standardmäßig Fitness brauchen wir 20 Fitness reicht Ja, der Bräune braucht auch noch was Verbrauchsobjekt anwenden Das hätte ich vor Vor der Aufnahme machen sollen Aber Ist mir leider nicht eingefallen Verbrauchsobjekt anwenden Und jetzt noch einmal Fitness So, jetzt kann das Spiel beginnen Denn alle über 90 Ja, perfekt Jetzt können wir anfangen Jetzt werde ich nochmal die Anfrage Annehmen So, ich hoffe Er ist nicht rausgegangen Denn sonst muss ich das wegcutten Darauf habe ich jetzt Keinen Bock, ehrlich gesagt Okay, jetzt noch drin Sehr gut Okay, jetzt können wir anfangen Jetzt können wir anfangen 5000k 5000k Das wäre schön 5k geht es nur Mit welchem Trikot spielen wir? Ja, mit dem roten Mit dem roten Leverkusen Trikot Okay, mein allererstes Das ist wahr, was ich jetzt spiele Und mal gucken, wie es ausgeht Also, ich habe ja schon öfters Gegen ihn gespielt Meistens unentschieden Einmal verloren Mal gucken, wie es heute ausgeht Mal gucken, was für ein Team er hat Spanisches, glaube ich Ja, Spanisches Benzema Griezmann Groß Ach, wie heißt der Verteidiger nochmal? In der spanischen Liga Mehmet Yildiras Ich hasse es, wenn die direkt so durchlaufen Ich bin etwas nervös, um ehrlich zu sein Ah, abseits Schade, schade, schade Okay Ja, knapp Knapp, knapp Aber Die Entscheidung war richtig Wäre mal cool, wenn die hier auch Fehlentscheidungen einbauen könnten Ah, schade Ich dachte, der wird zu Lewandowski gehen Und nicht zu Wer war das? Ich weiß, ich habe nicht gesehen, wer das war Ah, Mann Ja, ich hätte Piszczek reintun sollen, natürlich Das fällt mir jetzt erst auf Er wird drauf schießen Oh Mann, was macht ihr denn da? Äh Ah, schön gerettet, De Bruyne Wenn die Verteidiger Nein Wenn die Verteidiger es nicht hinbekommen Muss ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler hinzukommen Ah, schade Aber Flanken ist immer so risikohaft Jetzt mal gucken, was er macht Er versucht es durch die Mitte Leider wurde es nichts Kagawa war dazwischen Kagawa wieder Nein, oh Also manchmal Ist es echt komisch mit den Spielern Ich drücke auf passen, aber er macht es nicht Als wenn das Gehirn so sechs Jahre bräuchte Um das zu verarbeiten Ja, offensiv Foul, aber Wenn der Schiri das nicht gesehen hätte Da wäre es ein bisschen, ja Habe ich schon erwähnt, dass die letzte Folge asynchron war? Okay, die war um Eine halbe Sekunde circa asynchron Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr Heute nehme ich mit Order City auf Nicht mehr mit der Elgato Dann müsste es eigentlich schon wieder Synchron sein Ah, schade Schade, Reus Ich will mir mal Son In Team of the Match zulegen Aber dafür bräuchte ich Vargas Oder Pingslips Für alle, die Pingslips nicht wissen Das ist sowas wie eine Spende sozusagen Also wenn ich gegen jemanden spiele Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren Okay Wenn ich gegen jemanden spiele Äh Spielen wir circa um 10k Und dann Okay, Vorteilentscheidung Und dann, wenn ich verliere Verliere ich zwar nicht die 10k Aber Wenn ich gewinne Ja Nice one Nice one Also wenn ich gewinne Kriege ich die 10k Wenn ich verliere Verliere ich nichts Also das ist ein Pingslip Das ist sozusagen wie eine Spende Ja und wenn ihr gewinnt Dann behaltet ihr die 10k Und dann könnt ihr beweisen Dass ihr besser seid als ich Okay 2-0 Das heißt noch Ne Ah, Gede Bräune Aber Boah Nice one Ne Bräune Nice one Okay Götze Ah, schade Knapp daneben Puh Also ich muss schon sagen Ich hab mich im letzten Jahr Also im Vergleich zum letzten Jahr Wirklich stark in FIFA verbessert Da bin ich nur über die Flügel gekommen Und mehr konnte ich nicht Ah, schade Fast das 3-0 Bei einem 3-0 Das wäre schon eine sehr gute Ausgangsposition gewesen Aber wenn wir weiterhin so viel Druck machen Dann wird das was Dann wird das was Ja Okay, Reus Okay, Reus hat den Ball wieder erarbeitet Schade Schade Okay Ball wieder Fast das 4-0 Und wieder eine Ecke rausgeholt Mal gucken, ob Hummels wieder ein Kopfballtor macht Müssen wir uns Überraschen lassen Schade Okay, De Bräune Shaqiri Schade Kagawa ist nicht drangekommen Und jetzt Kann er Konter spielen Da muss ich aufpassen Er ist sehr gut in Kontern Also ich hab da schon Erfahrung mit ihm Zieler Sehr nice Also nach der Nach der Leistung Im letzten Spiel Da hatte sich Den Stammplatz Im Gegensatz zu Leno Wirklich verdient Sehr nice Shaqiri Okay Jetzt müssen wir Gucken, ob da innen was frei ist Nein, alles zu De Bräune Alaba Ja, Schiri Ja Freistöße kann ich leider nicht schießen Wenn ich ehrlich bin Wir können es mal probieren Uh, war gar nicht so schlecht Also Also Freistöße Ich bin da wirklich nicht so Der Typ für Levanowski Wieso stellen die nicht die Flügel Wieso stellen die nicht die Flügel zu Boah, Hummel zu Tier Hat er noch sein linkes Bein im Weg gehabt Sehr nice Sehr nice Jetzt haben wir eine kleine Kontersituation Und wenn wir das richtig spielen Schade Ich hätte den rüber gelobt Ich hätte ihn rüber gelobt Ob er reingegangen wäre Weiß ich nicht Aber ich hätte früher abpassen müssen Ich hätte früher abpassen müssen Wirklich Und ich sollte aufhören Alles doppelt zu sagen Doppelt zu sagen Nein Sehr War zu sehr auf den Torhüter gerichtet War viel zu sehr Ja, nein Nicht wieder alles doppelt erwähnen Okay Wir können ja mal über Den momentanen Markt reden Bei FIFA Ultimate Team FIFA Ultimate Team ist ja sowas wie Eine Simulationsbörse So eine kleine Wo es geht halt Ja, spielen kann man auch Aber Es geht ja Hauptsächlich um die Coins Und im Moment FIFA hat ja die FIFA 15 Companion Larm gelegt Und das heißt Was ist jetzt los Hallo Hoho Nein Bitte, bitte Häng dich nicht Während der Aufnahme auf Oh Mann Die Verbindung mit dem Gegner Wurde unterbrochen Der Spielbericht entscheidet Über das Ergebnis Ja Was jetzt Was jetzt Was jetzt Ja, das ist jetzt blöd Das ist wirklich blöd gelaufen Aber An meinem Internet Kann das eigentlich nicht liegen Oh nein Es lädt zu lange Es lädt zu lange Ey, das kann nichts Gutes heißen Wehe, das steht gleich Mit der Kommu Äh, die Mit der Warte, wie ist das nochmal Bei der Kommunikation Mit FIFA 15 ist ein Fehler Aufgetreten Sie können es ins Hauptmenü zurück Wenn das kommt Dann raste ich Nein Meine PS3 hat sich Aufgehangen Super Wirklich super Dass meine PS3 sich Aufgehangen hat Können wir ins Hauptmenü gehen Nein Ja, ich glaube Und da Jetzt muss ich nur noch die loswerden Cool Wirklich cool Wir können uns mal angucken Wer noch im Team der Woche ist Jetzt zu der Inflation Da Ähm Ja, das heißt Die Preise sind auch viel gesunken Zum Beispiel Mein Schürrle War letzte Woche 250k wert Jetzt kriegt man ihn schon für 60 Also das sind schon Das ist eine enorme Preissenkung Schade Dost ist leider ins Team der Woche gekommen Im Spiel gegen Leverkusen Äh, Wolfsburg Hatte ja drei Tore glaube ich geschossen Oder mehr Ich weiß nicht ganz genau Aber ich habe gehofft Son Aber Mein Traum ist leider nicht In Erfüllung gegangen Hier gerade ein Messi In Form Ich will nicht wissen Wie viel er wert ist Müller habe ich gesehen Eine Mülle Götze in Form Würde ich mir nicht gönnen Ich bin nicht so der Götze Fan Ehrlich gesagt Hier ein Frankfurter Torhüter Wer das ist Weiß ich nicht ganz genau Okay Das war das Team der Woche Und es gibt wieder Special Packs Äh, ja Ich will meine Coins Ich weiß nicht Wofür ich meine Coins Jetzt ausgeben Will Muss Ja, ihr könnt mir ja mal In die Kommentare schreiben Ob ich Packs ziehen soll Oder mir lieber einen Spieler holen soll Wenn ich mir gerne holen würde Ist, ähm Sonnen Team of the Match Aber Ich habe schon sehr viele linke Flügel Einmal Naja, eigentlich nur zwei Schül und Reus Ja, ich glaube ich hole mir nicht Sonnen Aber Ich bin so ein Sonnen Liebhaber Ich bin so ein richtiger Sonnen Fan Kann man so sagen Okay Ich würde sagen Das war es dann noch mit der heutigen Folge Leider ist es Vaga nicht so gelaufen Wie wir es uns gedacht hatten Aber Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch einen Daumen nach oben da Und wenn ihr auch mal gegen mich Ein Vaga oder Pingslip spielen wollt Schreibt es mir in die Kommentare Bis zum nächsten Mal Ciao